Was geht ab da draußen, meine lieben Freunde, meine lieben Fans und meine lieben Abonnenten? Ich habe ein kleines Problem und zwar habe ich da vor zwei Tagen mein Gewinnspiel rausgehauen. Das kleine aber feine Problem, was ich jetzt habe, es waren über 1000 Kommentare, die ich gelesen habe. Ich bin fast wahnsinnig geworden, aber richtig Respekt an euch. Ein riesen Dankeschön mal im Voraus. Ich habe mir ein kleines Problem, ich habe jetzt sechs Favoriten rausgesucht. Das war echt viel Arbeit. Ich war gestern übertrieben lange wach und vorgestern auch. Einige von euch haben es mitbekommen auf YouTube und auf meiner Facebook-Seite. Ich habe ein Problem und zwar sechs Favoriten habe ich. Hinter jedem Favoriten steht ein Abonnent. Jetzt frage ich euch, welche Videos gefallen euch am besten. Ich habe jetzt sechs Ausschnitte, die ihr jetzt seht. Hinter jedem kleinen Fenster sitzt ein großer Abonnent von euch. Und zwar habe ich mir gedacht, ihr werdet jetzt einfach entscheiden in der Bewertung, was am besten ist oder was ihr am lustigsten fandet oder was ihr am coolsten fandet oder was ihr am verrücktesten fandet. Das sind meine sechs Favoriten. Jetzt seid ihr gefragt, ihr könnt mitentscheiden, wer wer mir mitspielen darf. Wie gesagt, nochmal ein großes Dankeschön an alle, die jetzt nicht mitspielen könnten. Wenn das alles geklappt hat, gibt es das in der Zukunft öfters mit euch. Und in diesem Sinne viel Spaß dabei und viel Spaß beim Anschauen. Tschüss. 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 Tschüss.